Du kennst, du bist mehr schmerzhaft. Und die Kammer. Ja, stimmt. Erinnert euch an die Kammer beim nächsten Spiel. Genau. Ich freue mich, was passiert wäre... ... und Axel, die gefunden hat... ... die Kammer. Und dort drin gegangen wäre und gesehen hätte, was er dort vorgefunden hätte. Das wäre interessant. Weil er weiß ja nicht, was er... Er weiß ja nur, dass er die Kammer suchen soll, aber nicht was dort drin ist. Ja. Ja. Hat sich eigentlich niemand gefragt, warum Roxas so aussieht, wie er aussieht? Also jetzt von denen. Roxas machte sich Sorgen um Shion, die er schon seit 10 Tagen nicht mehr gesehen hatte. Noch stand das Versprechen im Raum, zusammen mit Axel zu dritt Eis zu essen. Das stimmt eigentlich. Vielleicht haben sie sich daran aber auch... Nee, einfach nicht mehr erinnert. Vielleicht haben sie sich daran nicht mehr erinnert? Dass sie immer noch so aussehen, wie sie normalerweise aussehen. Nee, das ist der... Das ist der... Roxas! Ah! Shield! Roxas! Wir müssen das Ding erst rausnehmen. Shion, bist du okay? Ich weiß nicht... Darf ich jetzt sogar... Was bei Sleeves sahen oder...? Nee. Eigentlich nicht, ne? Aber die... Die wissen ja, dass sie aussehen, wie sie früher ausgesehen haben, bevor sie zu niemandem wurde. Das ist mir nicht, ja. Ja. Ich bin gut. Danke. Es ist nur... Du kannst uns alles darüber erzählen. Aber warum machen wir... Das ist so schön, aber es ist so verwirrend. Dass der... Dass der... Dass der Axel... Dass der Axel und der Sykes sich eventuell... ...an die Szene jetzt erinnert haben. Das ist okay. Aber trotzdem hätte man doch hier gedacht... Ist ja irgendwie... Irgendwas ist doch seltsam. Ja. Hier übrigens auch ganz interessant, dass Shion Emo mit den Emo ohne Kapuze da sitzt. Es wird... Was ist falsch? Ich dachte, du würdest es runterziehen. Oh... Hat etwas passiert? Wir sind hier für dich, wenn du es aus deinem Kopf willst. Right, Roxas? Das ist richtig. Das ist richtig. Ich kann nicht... Ich kann nicht mehr die Schlüssel benutzen. Und ohne die Schlüssel... Ich kann nicht meinen Job machen. Was genau passiert? Ich weiß nicht. Aber wenn ich... Ich bin nicht die Schlüssel mit der Schlüssel. Ich schweige die Schlüssel mit der Schlüssel. Die Schlüssel die Schlüssel... Axel? Ich wünschte, dass es es gab. Aber... Es ist so, wie sie gesagt hat. Ohne die Schlüssel... Sie kann keine Herzen sammeln. Wir können nichts tun. Hm... Ich habe dir bereits gesagt, dass es nichts gibt. Man ist halt einfach der niederste... Niemand... Niemand... ...den es gibt... Roxas... Aber das erfährt man dann auch mehr zu in King of Mars 2. Hm... Das ist alles. Jesus. Das bedeutet, dass du musst, dass du mit der Schlüssel holst. Ja... Ich kann das. Würdest du? Natürlich würde ich. Aber... Freunde müssen uns auf jeden Fall immer wieder auf jeden Fall. Das ist richtig, Roxas? Wir sind Freunde. Axel... Das bedeutet, dass du und ich sind Freunde... ... auch? Wenn du mit Roxas bist... ... dann ja... ... natürlich bist du mein Freund. Danke... Roxas... ... Axel... ... einfach dein Eis-Kreis. Vielleicht... ... weiß Axel... ... aber auch einfach noch Bescheid... ... und erinnert sich, dass er sich mit... ... in Anführungszeichen... ... Roxas... ... gut verstanden hat... ... damals. Hm... Ich glaube, ich verwirre viele Leute damit... ... aber es ist okay. Einfach nicht so sehr drauf achtet. Roxas und Shion führten gemeinsam eine Mission aus... ... so wie es Axel vorgeschlagen hatte. Roxas traf während seiner Mission allerdings Freunde Jeannie. Dieser war gerade dabei, den vom Sandsturm verursachten Schaden... ... mit Hilfe seiner Magie zu reparieren. Einmal... ... 180... ... fünfmal die... ... Genie... ... äh... ... doch Roxas wies darauf hin, dass Aladin... ... das geht jetzt mal weg... ... wollte Witz machen oder ist mir die Nummer nicht hingefahren, da war es zu spät. Genie respektierte den Entschluss seines Freundes und entschied sich gegen den Einsatz von Magie. Roxas dachte darüber nach, dem Entschluss seines Freundes den Vorrang zu geben. Achso... ... Aladin wollte, dass Genie das Ganze ohne Magie macht... ... also beziehungsweise, dass es ohne Magie gemacht wird... ... da hier guck... ... die... ... die... ... die... ... die Zeit, 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 die Zeit, die Zeit, die Zeit zu erinnern... ... genau das... ... diealeste Freunde... ... hm... ... aber ich würde sagen... ... die Bahnen würden... ... die kein guter Schuster sein... ... sommes einfach nur plain Freunde... ... also wiee sie sind... ... ich weiß nicht... ... ich weiß nicht... ... ich konnte euch nicht sagen, weil ich keine Pläne Schuster einsch... Ich sehe... Burned. Herzen. Wie gesagt, das Schloss sieht aus, ne? Ich weiß nicht, wer das designt hat. Das ist wahrscheinlich etwas so entstanden. Das ist Chaos. Wahrscheinlich. Nichts. Oh je. Ich dachte zuerst, es wäre einfach nur der Mond. Also nicht nur, ne? Da, in dem Sky, liegt die Wunschung von einem neuen Welt. Meine Freunde, lasst uns noch ein weiterer Macht um zu verletzieren, um den Humann zu retten, und das unser eigenes Leben zu retten. Lasst uns daran erinnern, warum wir hier sind, und was wir hoffen, zu erreichen. Die Hörer werden uns gesammelt, und werden unsere eigenen. die Hörer werden nie wieder die Kraft über uns haben. All diese Kampf, ich frage mich, was es ist. Komm schon, du weißt, was es ist. Wir müssen das große Kingdom Hearts zu erreichen. Du sahst es auch, nicht wahr? Aber was ist Kingdom Hearts? Es ist das ganze Spiel des Hörer, nicht wahr? Es ist wo alle Hörer die Hörer werden, nachdem sie von dir gesammelt sind. Wenn wir genug wir endlich bekommen Hörer von unseren eigenen. Hörer werden unsere eigenen. Hörer werden unsere eigenen. Ist Kingdom Hearts wirklich so wichtig? Bist du verrückt? Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht, warum es ein Hörer so wichtig ist. Komm schon. Du wirst das jetzt fragen? Ich verstehe nicht, weil ich nicht ein Hörer habe. Roxas. Wir verstehen uns, wenn wir unsere eigenen Hörer haben. Das ist das, warum wir kämpeln, um zu finden, was es geht. Okay. Ich glaube, du bist richtig. Das nennt sich Roxxas und Chion gehen zum üblichen Ort. Sie hatten sich langsam daran gewöhnt, zusammen Mission auszuführen. Wunderschönen... ristend darein ... ... handige sich nur mit wszystkich an unterschiedlichen Dingen Seite. Genau. All die Dinge wandeln. Ich weiß nicht, dass wir alle haben, dass wir alle gleiche sind, dass wir alle gleiche sind. Wir haben alle memories von unseren Vergangenen. Memories? Wir haben alle Vergangenen. Okay. Ja, das ist eine Sache, die jeder Mitglied der Organisation macht. Wir kennen uns, wie wir als Menschen waren. Aber ich nicht. Ich auch nicht. Nein. Nein. Alles, was du getan hast, war zu schauen in den Raum. Oh, danke! Ha 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 ha. Wie witzig. Böse in die Hand. Ja. 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 Das ist so riesig. Erinnern Sie was? Ich weiß nicht, aber lass mich mal wieder versuchen. Du hast es geschafft! Das ist so groß wie sie selbst. Ja, das stimmt. Ich kann es nicht erwarten, dass Axel das zu erzählen. Los geht's! Ja! Axel! Woher hast du von? Wie war deine Mission? Das ist so witzig. Tada! Ich mag die... ich mag die drei. Ja, die sind schön. Die sind schon ziemlich cool. Also, danke, Axel. Wie ist denn dann ein Seesau-Eiscreme? Huh? Find mir einen und wir werden es noch einmal kümmern. Du hast es geschafft! Ich werde gleich zurück. Laufanimationen sind ja immer ziemlich cool, wenn sie sich zuerst so auf der Stelle umdrehen, ne? Ich auch. Was ist das so? Ich möchte... diese Tage nur noch lange dauern. Hingehen, die Ice-Creme, die Sonne. Na, nichts dauern noch lange, du kennst. Zumindest für ein paar Nichts wie uns. Aber es ist okay, wenn Dinge hier ändern und wir hier hier nicht treffen können. Wie lange wir uns in unseren Gedanken halten, werden wir niemanden von uns entfernt werden. Habt ihr es memorisiert? Nicht gleich klingt. Ich bekomme echt viel mehr Text als ich dachte, aber Recoded ist nicht mehr so viel Text. Als Xion ihr Schlüsselschwert wieder hatte, Caterox das zu seinen täglichen Missionen wie gehabt. Zurück auf der anderen Seite. Der meiste Text ist sowas. In, Nagel. Time's good.